Jo, Hallihallo liebe Leute, der Jörg zockt wieder hier, wieder mal mit Leer dem Morgerschatten und dem letzten Trophäe, ein bisschen so Platin Trophäe, ähm, genau, wunderbar, da ist auch schon einer, ein Wurm, ähm, ich hab mir jetzt mal gedacht, ich werde jetzt mal die Trophäe, äh, Todeseisen freischalten, damit muss ich einfach ein, äh, na, äh, hier, ja, man ist schlecht gerade auf dem Schlauch hier, ach genau, ähm, eine Todesdrohung aussprechen und dann die einfach nur in die Tat umsetzen, das heißt, ich werde mir jetzt den hier mal krallen, dann die Todesdrohung aussprechen und den, äh, spezifischen dann, den ich hier auswähle, einfach umnieten, dabei ist nur zu beachten, dass ich hier, äh, denjenigen selber töte, nicht durch irgendeinen Viech oder sonst irgendwas, ne, das ist es nicht, äh, ich müsste am besten mal hier runter, damit ich mir den schnappen kann, so, genau, zack, äh, äh, beherrschen, ne, war das mit beherrschen, eigentlich eher nicht, ne, wand mag man auch nicht, abstechen ausrecht nicht, äh, okay, ne, ich werde den erstmal, ups, ne, ach verdammte geaxt, ähm, ja, gut, das war jetzt so nicht geplant, dann werde ich mir einmal den nächsten suchen, wo es hier irgendwo einen gibt, und ich weiß gar nicht, kann ich das mit jedem Gegner machen, weil ich muss den einfach irgendwie nur überwältigen, uh, da sind ein paar, äh, paar viele Leute, vielleicht sind auch Bogenschütze nicht unbedingt gerade so geeignet, weil die hier relativ schnell sterben, nein, umordentlich sehe ich jetzt mal runterkicke, ich will mal hier runter, äh, ja, runter, genau, so, machen sie es einfach mal so, ach, mach jetzt einfach mal mit uns beherrschen, ah, genau, das ist ja auch so wunderbar, Todesdrogen, so, wen nehmen wir da jetzt den, logischerweise nicht, wo ist er denn jetzt hin, den Fleischpooler, genau, den da nicht, den werde ich ja benutzen hier für eine andere Trophäe, ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen, genau, der ja eigentlich macht 5, das durfte locker passen, äh, ja, machen wir den, macht 5, Todesdrogen, so, da hat er in dem Fall jetzt hier macht 10 bekommen, aber egal, so, ja, gut, bla 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 bla, ja, dann blas mal in dein Horn rein, äh, so, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier ein bisschen wegkomme, damit ich hier zu dem Fuzi mit der Todesdrogen, äh, na, rennen kann, hallo, irgendwo hinspringen bitte, hallo, hä, äh, hallo, geht doch, man, 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 so, gucken, ob das jetzt schon ausgereicht hat, die Entfernung, so, hier muss der sein, buckbuckderweise, genau, ja, da gehe ich einfach, ne, ist er nicht verfügbar, scheiße, äh, so, jetzt dann aber, sind nur gelbe Markierungen noch, gemeinfach jetzt hierhin, und dann ab zu dem Buckbuck, mhm, 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 der wurde in dem Fall auch wieder von seiner Truppe geschützt, oh, hi, gut, das war jetzt so nicht ganz geschickt, mhm, Moment, ich werde dir mal kurz mal um, um loszuwerden, bamm, so, ähm, buckbuck, ich weiß nur, ich, muss ich da jetzt den großen Auftrag hier starten, oder sehe ich den auch so, ha, gut, ich werde das Ding jetzt einfach mal starten hier, genau, buckbuckderweise, so, so, ah, da hinten ist er auch mit seiner Truppe, das weiß er auch nur nicht, wenn ich gerade auf dieses Fass da hinten schieße, obwohl er durfte eigentlich gleich sterben, ne, der durfte ja schon ein bisschen mehr aushalten, da werde ich es einfach mal testen, bamm, ja, wunderbar, äh, steh auf, so, genau, so, genau, so, genau, so, so, das hat ja wunderbar gleich geklappt, blum, todeseisen, perfekt, die nächste Trophäe, ja, passt wunderbar, zurück, gut, auf das Ding hier ist gerade mal eine Level 10 Rune, auf die kann ich pfeifen, ähm, ja, genau, das haben wir jetzt hier alles, jetzt gucke ich mal gerade, ob zufälligerweise ein Rekrutierungs, äh, Machtkampf irgendwo zu sehen ist, hilflos, Duell, ne, es sind wahrscheinlich immer noch die gleichen, Aussichtspunkt, ja, äh, gut, dann flüchte ich jetzt einfach mal, und lassen wir ein bisschen Zeit verstreichen, war ich das hier schon? Könnte eventuell gerade schon ausgereicht haben, ich gehe jetzt einfach mal dahin, so, äh, genau, das werden nämlich dann die Trophäe hier, äh, äh, Überfall ist jetzt neu, kriegen wir allerdings jetzt gerade nicht viel, Zeit verstrechen lassen, so, das einzig glaube ich, ist, dass ich jedes Mal das jetzt machen muss, ach, guck mal das an, unser Fleischpooler wurde befördert, so, so, ja, wunderbar, so, gibt es jetzt wieder irgendwas Neues hier, neue Aufträge ist verfügbar, so, hier oben sind zwei, einmal eine Hinrichtung, einmal Rekrutierung, ach, guck dir das an, zu einem Fleischpooler, verdammt, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, äh, das ist jetzt genau der hier ist, ähm, na, post, machen wir das hier einfach jetzt, ähm, ja, muss ich jetzt dem helfen, den Rekrutierungsmachtkampf zu überleben, und den danach töten, inklusive auch seiner Rekrutten, die er jetzt in dem Fall dann neu, äh, zubekommen wird, so, hup, tach, so, das hier ist es nicht, das ist das hier, oder, Rekrutierung, ja, genau, Zündfleischpooler, ja, los geht er, so, also dem muss ich jetzt helfen, dass er gewinnt, wenn er die Rekrutierung schafft, bleiben wir zusammen, sind wir stark, los, arbeitet für mich, ich bin mein eigener Uruk, aha, er ist sein eigener Uruk, äh, zuerst natürlich nur nicht, wie ich das jetzt hier nochmal machen muss, ja, wahrscheinlich einfach mal nur abwarten, oder? oder muss ich die hier abwurzen, äh, naja, machen wir einfach mal ein bisschen mit, batsch, so, einer weniger, du willst also noch mal sterben, was? meinetwegen, will ich eigentlich nicht, äh, war das jetzt doof, oder so, ich hab keine Ahnung, hm, ah, so, okay, äh, könnt ihr euch bitte wieder eurem Rekrutierungsgedönsel hier, ah, jetzt scheint er wieder zu laufen, ja, na, gucken wohin, na, da komm ich nicht hoch, ich brauche starke Urups, um meine Pläne zu verfolgen, in deinen Träumen, okay, das will jetzt wohl so auch nicht, dann machen wir hier nochmal ein paar platt, so, den ja auch noch, den ja auch noch, so, mal gucken, okay, ich kann gleich nochmal ein paar Elbengeschosse ansammeln, okay, und er läuft wieder weiter, ich geh mal da hoch, okay, ihr solltet mir besser folgen, du machst mir keine Angst, komm, ich habe etwas gesehen, ermahne die Verräter, okay, wieder das gleiche von vorne, so, na, das wird er jetzt ja wohl schaffen, hier, noch mal ein paar neue Geschosse einsammeln, na, na, den Eil wird er wohl hinkriegen, geht doch, so, hat er es jetzt geschafft, Rekrutierung gelöst, genau, Macht angestiegen, wunderbar, so, und jetzt muss ich den einfach nur platt machen, äh, na, ja, prob ich mal einfach mal wie im Bogen, guck mal, was der dazu sagt, ah, scheint die nicht zu schmecken, wirklich gut, so, nachdem, nachdem, so, Schütteln das hat noch nicht ganz geklappt das ist ein Ende so was sind wir noch so einige Volkseite sind das jetzt auch noch mit dir oder mit dir oder was ich hab keine Ahnung der ja vielleicht auch noch so also jetzt würde ich meinen sie ja alle tot aber keine Trophäe ja der ist natürlich jetzt super toll verkackt ne äh Gibt es noch irgendwo einen anderen Rekordierungswachtkampf nein was ist das hier Jagd Mist ja die andere Mission sieht genau die gleichen ich will jetzt einfach mal nochmal hier Zeit verstrichen lassen hm das wäre jetzt doof also irgendwas habe ich definitiv vergessen zu machen vielleicht hätte ich mich da auch nicht auf reinmischen sollen weil ich habe da schon ein paar hier abgeschlachtet gehabt oder alternativ ich schlachte erstmal sie einen normalen äh na begleiter dann in dem Fall neu ab und dann aus dem Boss das könnte natürlich auch gut sein so also einfach nur das ganze mal beobachten in der Hoffnung natürlich ja dass die ja auch die ganzen Dinger hinkriegen so was ist jetzt nein nochmal eine Beförderung boah das ganze kann man auch hier mal mittels Überspringen oder sowas machen können wäre angenehmer hm hm so neue Aufträge so hier hinten sind zwei Machtprobe Duell verdammt was ist das hier Jagd Mist sonst aber wieder nichts naja das heißt nochmal oh man jo aber ich denke mal das gleiche wenn ihr das auch machen wollt würdet wäre es äh im Fall für euch so was wir das natürlich auch machen genau das gleiche ja äh tja oh verdammt so jetzt hätte ich gerade äh schier mein Trinken da über den ganzen Tisch verteilt neue Aufträge so was ist das hier jetzt macht Probe Überfall hier oben noch die letzte Möglichkeit Hinrichtung ach das gibt es ja jetzt nicht man oh man okay die Machtsteigerung so in sich kommt mir aber auch zugute weil ich brauche nämlich eine Level 20 Hauptmann schlussendlich also ist ja gar nicht mal so verkehrt als die hintere Reihe hier oh der der hier macht 18 das ist natürlich nice ähm ja das ist in dem Fall noch für eine andere Trophäe die auch ein bisschen kniffliger ist wie die wo ich jetzt momentan probiere so Jagd das sieht schon da schlecht aus Duell mal man Überfall ey gibt's ja jetzt nicht doch ach okay wird er nicht schaffen ja dachte ich mir Hahahaha Aaaaahhh Oh gut, den Hauptmännern mangelt es garantiert nicht hier. Neue Aufträge sind jetzt verfügbar. So und die sind wo? Hier ist einer. Jagd. Verdammt. Machtprobe. Verdammt. Hinrichtung. Verdammt. Ach ne. Also langsam nervt das. Gut, wenn es jetzt gleich dann immer noch nicht hier, äh, jetzt eigentlich freigeschalten werden sollte, mache ich jetzt einfach kurz mal irgendwas anderes. Zum Beispiel 180 Sekunden 30, ähm, Sklaven befreien. Hm. So, was ist jetzt da? Ähm, Überfall. Duell. Die machen irgendwie immer nur das gleiche. In Richtung. Pfff. Äh. Ja. Ich mache jetzt hier einfach mal das andere. Das sind jetzt Wumpe, beziehungsweise ich hoffe, dass im Nurnen mehr, ähm, da eventuell was besseres angezeigt wird, was ich machen kann. Ähm, also gerade hier zum Beispiel diese Rekrutierungsmachtkämpfe. Um ein. So. Wir überspringen das Ganze. So. Was gibt's jetzt hier zufälligerweise? Eine Machtprobe. Hier unten ist auch nochmal was. Überfall. So. 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 Soll ich natürlich am besten noch so einen Karakumber mir schnappen. So. Hier gibt es jetzt auch wieder neue Aufträge in Richtung... Äh. Macht Probe. Jagd. Naa. Toll. Ach ne. Schwern, wo war ich jetzt hier? Ääh. gut tun Prozent das ist aber es doch nicht falsch verdammt der Axten echt guter die alternativ für die Rallye wird es nicht nur der Zwischen und hoffen dass er irgendwann wieder ein Rekrutierungsmachtkampf erscheint eine starke Macht kann erweckt werden um ihn aufzuhalten so neue Aufträge verfügbar okay Jagd Duell Machtprobe und auch nur kack hier zu deiner Verfügung super auf jeden Fall hierhin mit Schellreise Tag ist es ja auch noch so dann jetzt hier mal gucken ob hier zufälligerweise hier irgendwo in Caraguay ist ne momentan noch nicht gut dann Sumo sein so so da hinten in der Nähe von der Höhle sind definitiv immer welche na egal hier hinten oder hier vorne ist jetzt einer das durfte passen da da hat er mich auch schon gesehen so watsch nehmen wir den mal so genau perfekt so und wie man jetzt hier sieht hier sind die ganzen Sklaven oh warte ich rieche etwas hier Sklaven nein ok ok ah hier sind welche dann nehmen wir doch lieber die hier schweißt da jemand ach wir müssen noch einen na genau die Rende zweck passt hier sind die nächsten Sklaven das ganze ist halt relativ oft Zeit was mich so ein bisschen nervt aber kriegt er nichts so die sind auch frei wir können aber noch hier oben gucken ok ok wir sind keine so ja zufälligerweise äh ja einer aber kein U genau ne äh verdammt gut das ist natürlich hier wertvolle Zeit verloren so wo sind denn jetzt die nächsten Sklaven ah hier so na zieh die herunter können so zack die da flüchten schön wunderbar so wir sind keine da auch nicht da auch nicht die 8 jahre kamen jahre jahre am Ende bist du nur eine flüchtige Erinnerung ja super gut da ist natürlich halbwegs verkackt Prozent jahre die es auch noch besiegen für ein zwei drei Sklaven ist natürlich doof gut gut machen wir uns einfach nicht mehr hier so wir sind auch alle frei jetzt sind wir die nächsten genau zuerst so ich bin jetzt schon einmal natürlich nicht hier jetzt aber auch sie geht es gut verdammt gut anscheinend aber ich jetzt hier irgendwas verkackt ein paar Sklauen fehlen mir noch das einzige Lübe da halt hier war ja auch noch hier dass ich da jetzt eine Kämpfer nicht machen konnte weil da genau der Hauptmann war ne das wird nichts die Zeit ist schon längst rum ach man diese letzten Trophäen hier ne das ist ohne jetzt bescheuert gehen wir dann noch mal dahin noch mal das ganze von vorne Zeit verstrichen lassen muss ich jetzt in dem Fall auch noch nach wenn natürlich diese ganze nicht nur da sind Prozent Ruhl 19 die Tatsache von der Witzel erfreut in dem Fall noch Elfer Prozent so genau genau die auftrag jetzt verfügbar ist ja zufälligerweise jetzt hier so ein macht ding ins dabei überfall macht probe da war ja eins ok jetzt auch halbwegs doch wenn es einer von meinen ist aber nichtsdestotrotz kann ich ja den dmd noch umbringen dann probieren wir uns einfach das hier noch mal so das ist da unten aber warte mal das war jetzt hier macht probe bin ich dämlich macht probe tatsache verdammt ich brauche ihre kutierung Prozent stand der Axt die Schöße da machen wir hier mal selbst verstrichen lassen der wird wohl nur bis 20 bei 19 schade Ah, so. Genau, bin ich da jetzt? Beziehungsweise ist es wieder, ja, Tag. Genau. So, dann mal nochmal eine Karagor suchen. Oder was mir jetzt gerade so einfällt? Habe ich jetzt hier die Möglichkeit nochmal mich aufzustocken? Äh, na, hier. Nee, wir haben immer noch jede Menge Punkte. Ah, na, komm her. Komm. Ja, los. Bei Fuß. Wunderbar. So. Also jetzt mal das Ganze nochmal. So, das war die TV schon mal bei der Osten. Hm. Das ist jetzt nur eine Patrouille ohne Sklaven. Hä? Okay. Hier sind wir hier hart am Arbeiten. Die sind frei. Das doofy hier ist halt immer, dass man nicht genau weiß, wo die jetzt sind. Äh. Äh. So. Auf jeden Fall, die haben wir jetzt auch. Noch mal drei Stück mehr. Da ist nun Karagor. Hm. Oh nein. Auf. Auf. So. Wo sind wir jetzt wieder welche? Nur uns. Oder was? Na doch da vorne. Nee. Oder was? Nee, die vielen schon. Passt. Nein. Hä? So. So. Jetzt halt. Okay. Hier sind wir kleine. Meines nur oder flüchten die jetzt immer noch nicht? Ach hier. Deswegen. die Flüchte jetzt alles bringen in dem Fall auch nichts mehr aufmachen. Wir sind eh, deutlich zu wenige Sklaven. Dann mal gucken, wo hier eventuell noch mal so ein Camp ist. Für den nächsten Versuch. Das sind ja auch möglich. Nein. Hm. Tja, hier gibt es wohl überall keine mehr. Finde ich jetzt natürlich mal bescheiden. So, hier. Ne. Oh, so eine kleine Patrouille ist hier auch nichts. Ach, guck mal das an, hier drin sind ja noch welche. Okay. Muss ich mir morgen für meinen nächsten Versuch. Gut, also hier drin, okay. Hm, hat sich die hier mir schon mal geholt, also vorhin. Okay, ich mache da jetzt hier einfach mal weiter, mal gucken. Hier ist nichts, da ist auch nichts, hier auch nichts. Hier sind wir noch ein paar, allerdings. So, die haben schon gezählt. Ich habe hier viel zu lange der Laufzeiten drin, wo ich keine finde. Was war das? Okay, das ist der mit dem Hauptmann. Hm. Ne. Die sind komplett auch noch nicht da. Hallo. Was will ich ausglauben? Ja. Aber nur ein paar Bissüder sind schon tot. Hm. Man. Also das muss ich nicht sagen, das ist gewaltig nervig. Hm. So funktioniert das jetzt, ja. Macht angestiegen, wird auch noch 19. Oh, der ist so an sich. Okay. Hm, einer von mir aus dauernd. So, haben sie es jetzt? Ne. Gut, es ist eh Nacht. Jagd in Richtung. Macht Probe. Nur Kacke. Das ist auch 20. Oha. Hm. Gut, ich könnte natürlich... Oh, der hat hier gerade Ergo oder was ist das? Ne, aber das ist ein Befehl. Okay. Ich müsste jetzt schlussendlich eine von denen hier, die jetzt Level 20 sind, als Häuptling machen lassen. Hm. Aber naja, ich probiere es auch nochmal mit den Sklaven. Das muss ja auch gemacht werden. Die Aufträge jetzt verfügbar sind da zufällig, aber ich sehe jetzt hier... Ne. In Richtung. Da hinten läuft einer. Nehme doch gerade auch den. Ja, vielleicht sogar. So. Wunderbar. Hm. Vorher geht's nicht, wo es anfängt. Guck ich erst mal, da ist keiner. Hier auch nicht. Gut, dann fahre ich jetzt erstmal direkt hier an. So, die fliehen. So. Den haben wir auch. So, den muss ich hier hoch gucken. Ne. 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 Geh hier runter. Ach. Mann. So. Gut. Die haben wir jetzt auch. So. Hier sind jetzt in dem Fall keine mehr drin. Auch hier sind welche. Auch hier sind welche. So. Die haben wir auch befreit. So, da hinten sind auch wieder welche. Das war noch ein bisschen zackiger hier. Und wir sehen uns dann in unserer, beziehungsweise in meiner nächsten Folge. Also Leute, haut rein. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.